... Screenshots zu machen und alles. Deshalb werde ich das ja einfach aufnehmen. Die Leute, die am Klankrieg mitmachen, die können sich einfach ihre Weiß angucken. Ja, das Witzige an diesem Klankrieg ist jetzt tatsächlich, dass wir nicht gegen einen deutschen Klank kämpfen. Wir kämpfen gegen einen niederländischen Klan und ich habe tatsächlich nur mithilfe von dem kack-grammatikalischen Google-Übersatzer geschafft, mich hier reinzuschmuggeln. Ich weiß jetzt mal ungefähr, weil ich geschrieben habe. Danke für das Accepten. Ja, das ist wahrscheinlich willkommen oder sowas. Er hat wahrscheinlich irgendetwas von CV-Gefahr, keine Ahnung. Sieht aber so aus. Hier habe ich jetzt gesagt, damit sie mich nicht zuschreiben, ach, ich muss Abendessen, ja. Oder ich bin ein paar Minuten wieder zurück, keine Ahnung. Und der hier hat, das habe ich sogar noch nachgeguckt, der hat gesagt, friss es! Ja, was sie nachgeschrieben haben, weiß ich nicht. Dann gucken wir mal. Gucken wir uns die gegnerischen Basis an und was sie in der Klankburg haben. So. Ja, die haben wahrscheinlich alle so Dragon-Stuff. Ja. So. Ja, das ist für euch nicht so interessant, aber halt für die Leute in meinem Klaren, dann können wir sie immer auf dieses Video hier aufmerksam machen, damit sie sich alles angucken können. So, dann spielen wir jetzt hier erstmal die Fallen aus in den ganzen Kriegsbase und hoffen wir mal auch, dass es so bleibt. So. Ja, ich zeige hier nur die Gesamtübersicht. So, das sollte jetzt dann genug sein hier, um mal kurz vor sich zu haben. Zur nächsten Base. Ah. Ah, da hat er ja einen schweren Gegner. Wobei, nee, der ist level 81. Ja, ich habe ihn bald sogar aufgeholt. Vielleicht ist es doch noch nicht, es ist doch nicht so früh für mich, der ich zu TA 9 Wechsel. Ja, gut, mal gucken. Weiter. Ja, das ist Frexus Nummer. Das sieht man. Das sieht man aber wirklich deutlich, dass das hier Frexus Nummer ist und das nicht nur eine Nummer. So. Ja, sorry, dass ich jetzt etwas down Metzl, Frexit, aber... Ja, gut, hier sieht man jedenfalls auch das etwas gerusht. Na gut, gehen wir weiter. Ah, meine Nummer. Mit der werde ich sogar Probleme haben. Glaube ich. Wobei, ich komme von rechts, da brauche ich ca. 6 Mauerbrechern, dann habe ich ja noch so. Aber die Clan Bookzlocken, das wird bei dem hier extremst interessant. Ich glaube, da werde ich anstatt einem Mauerumbrecher werde ich davon riesen oder sowas benutzen. So, ja, ich komme hier wahrscheinlich von links. Ja, dort sind zwei Teslas und zwei Riesenbomben. Nee, die Golems dürfen die eigentlich locker easy schlucken. Ja, es soll gehen also. Zwei Sterne sind mindestens drin. Dann gehen wir weiter zu Nummer 5. So. Ah, die schreiben. Ach nee, stimmt. Wir sind hier gar nicht bei der Tactical Army genau. Ja. Dann gucken wir uns mal hier die Base an. Das ist aber ziemlich... Nee, Level 70 ist doch noch legitim. Everything is in order. So. Das ist uns beeilen, bevor sie bemerken, dass It's My Gloucester und ähnlich geschrieben wird wie It's My Emerald. Die haben ja aber alle so... WTF? Ist das hier... Ist das hier irgendeine Spezial-Tizist-Base, von der ich was wissen müsste? Nee, keine Ahnung. Ja, gut, weiter. Wir waren... Wo waren wir noch mal? Ja, hier sind wir jetzt bei der 7 wieder. Ja, gut, das ist im Prinzip das Base-Layout von meinem Gegner. Na, 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 mein Lieber. Das ist aber keine gute Klang-Krieg-Base. Ähm, naja, dürften alle locker easy sein. Jo. Dann, zum Abschluss werde ich jetzt hier noch den Klang verlassen. So. Dann, ich cutte hier kurz. Dann könnt ihr nachher die Nachricht sehen. Äh, hier noch bevor es weitergeht, wisst ihr, was das Zige hier dran ist? Das immer ist an niederländischen Clans. Ganz gesamt an niederländisch und so. Man kann das schon... Man kann hier schon fast sehen, was sie schreiben. Was sie uns sagen wollen. Hier zum Beispiel. Jetzt, ich weiß nicht, wie viel das stimmt. Ihr könnt mal beim Google-Übersetz nachgucken. Ich übersetze das jetzt mal so ungefähr als... Nummer 1 werde... Äh, werde ich wahrscheinlich 2 Stern. Bei der Nummer 2 werde ich wahrscheinlich einen 3 Stern machen. Wartet, ich hab das mal gerade in den Google-Übersetz eingeben. Dann gucken wir mal, was rauskommt. So, Leute. Ich hab so gut geraten. Ich hab mich vorlachen, als ich das gerade eingab. Fast eingeschissen. Also, ja. Man sieht, dass man das ja recht gut übersetzen kann. Dann gucken wir jetzt mal, was sagen wir denen denn so schönes zum Abschied. Ähm. Ah, ja. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. So. So, dann gucken wir mal. Ob wir denen das so schreiben können. Ob das so funktioniert. Übersetzt, was ich hier geschrieben hab, wird jetzt so viel bedeuten, wie... Nun ja, ich bin ein Jumper. Das ist der Grund, warum ich jetzt gehen muss. So. Mal gucken, was noch antworten. Na gut, wir verschwunden einfach mal verlassen. Möchtest du wirklich gehen? Okay. Woher ich war ja die ganze Aktion so. Einfach in einen ausländischen, anderssprachigen Clan reingehen. Ausspringen und bam. Alles gefickt. So, dann gucken wir mal. Hier, das Lesezeichen können wir jetzt döschen. Nicht Tactical Army. Bitte nicht. So, Holland Clan. So. Hier. Gelöscht. Bam. Und dann guckt euch das noch an. Nein! Nein! Die Einladung von der Tactical Army ist weg. Scheiße. Egal, ich hab ja noch das Lesezeichen. So, hier beitreten. So. Habe alles im Kasten. Komm, ja. Habe alles. Aufgenommen. Aufgenommen. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass die uns nicht zurückverfolgen können und deren Base vielleicht noch ändern. So, ich warte und ich warte und ich warte und ich katze. Yo, Leute, nach einer etwas längeren Wartezeit bin ich hier wieder im Mutterclan und so. Ja, ich hab in der Zeit noch ein Kobold-Level gemacht. Ich musste gerade wieder meine Truppen nachfüllen. So, extrem spät ist. Aber irgendwie... Irgendwie haben die Clan-Members noch keine Reaktion gezeigt. Ja, gut. Weder Jan und Manny sind es da und der Boss hat von der ganzen Aktion nichts mitbekommen. Der... Oh Gott, nee, bitte. Ich hab ihn doch... Okay, gut. Der Boss ist im Klankrieg. Ich hab grad für den Moment gedacht, ich hätte ihn vergessen, mit reinzutun. Okay, gut. So. Yo. Ich würd mal damit sagen, dass der Klankrieg schon... Naja, gut, ein gutes Fundament hat's gewonnen haben. Wen noch nicht. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall keine Eventualität mehr bei der Planung. Weil wir jetzt alles wissen. Auch wirklich alles. Hier bestätigen. Dann geh ich jetzt zum Hauptaccount. So. Dann, ich werd das Video hier jetzt rendern und hochladen. Und hoffen, dass es wirklich was bringt. Und dass keines der members so dumm ist, um sich das Video anzusehen. Also, bis dann, Leute. See ya. Ähm, das ist die Stopp-Taste. Ey.